Hallo liebe Camping-Freunde! Willkommen zum nächsten Teil bei VanFan und ihr seht schon, die Sonne scheint, was will man mehr? Ich bin mal wieder auf Achse und dieses Mal hat es mich hier ein bisschen weiter nördlich getrieben, eine Nacht an der Mosel verbracht und jetzt sind wir hier in der Nähe von Aachen, also zwischen Köln und Aachen, um genauer zu sein. Ihr seht schon hinter mir, Kartago City und ich blende euch jetzt mal ein absolutes Highlight ein, dann werden die einen oder anderen von euch schon wissen, wo wir sind. Der eine oder andere wird es erkannt haben, wir sind hier bei Marien. Hallo lieber, servus, servus. Freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ja, prima und ich wollte schon lange mal hier vorbeikommen, muss ich sagen, weil einfach, du bist an Uni Graz, das ist so, im YouTube bekannt. Okay, ja. Und Kamera erfahren, vorab müssen wir sagen, wir sind beide getestet, beide zweimal geimpft. Das auch, ja. Sowieso, also bei allem Respekt, hier brauchen wir jetzt keinen Shitstorm erwarten. Nein, absolut nicht. Also da haben wir schon vorher drauf geachtet. Das ist so. Also ihr seht schon, wir sind hier direkt an der Bundesstraße, direkt Autobahn und Autobahnabfahrt und dann sind wir schon hier in Kartago City. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal ein bisschen hier weg vom Schuss, damit man hier ein bisschen Ruhe in den Film einkommt. Genau, und dann erzählst du mal, was es hier alles für sehen gibt. Machen wir. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter und dann zeige ich dir, was es hier gibt. Prima. Kommt mal mit. So, ihr seht schon, Andreas, du hast hier jede Menge rumstehen, das ist ja Wahnsinn. Also Kartago City kann man das wirklich absolut nennen. Ich war ja letztens in Aulendorf, das war schon beeindruckend, aber was der Andi hier stehen hat, ist schon heftig. Andi, erzähl mal, wo sind wir hier genau, seit wann gibt es dich? Erzähl einfach mal ein bisschen was über Marien Caravaning. Das mache ich sehr gerne. Also, wir sind hier in Altenhofen, in der Nähe von Aachen, also zwischen Aachen und Köln, genau wie der Ackis eben schon gesagt hat. Und unser Credo ist halt, wir sagen, wir möchten eben eine möglichst große und vollständige Ausstellung der Fahrzeuge aus der Kartago-Gruppe haben. Also das heißt Kartago Reisemobile und natürlich den Mali-Bouven. Und da haben wir ja immer möglichst alle Fahrzeuge mehrfach da, sodass der Kunde auch sich quasi die einzelnen Fahrzeuge anschauen kann, einzelne Ausstattungsvarianten sich anschauen kann und nicht von einem Händler zum anderen fahren kann. Hier findet er einfach alles an einer Stelle. Wir haben durchschnittlich immer circa 90 Fahrzeuge hier stehen und dann nochmal 25 bis 30 Malibou-Vans. Das ist natürlich jetzt in der aktuellen Zeit etwas schwierig, diese Menge der Fahrzeuge vorzuhalten, weil im Moment ist natürlich, so wie jeder halt weiß, der Markt schon relativ leergefegt. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch eine anständige Auswahl hier. Also auch für kurzentschlossener ist das ein oder andere Fahrzeug hier relativ schnell fertig zu machen und ist auch urlaubsklar. Du hast hier ja wirklich eine super Lage, auch direkt an der Autobahn. Und vor allen Dingen ist es beeindruckend, wie du mit deinen Kunden umgehst. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Und da kommt schon, bevor wir gleich in den Faden gefahren werden, da kommt schon der Nächster. Wir lassen mal vorbei, der kommt zum Service gerade. Genau, Servicewerkstatt etc. etc. Aber wir gehen jetzt mal hoch in die VIP-Lounge. Also wenn ihr heute ein Auto kauft hier, dann kommt mal mit, dann seht ihr, wo ihr euch ein bisschen aufhalten könnt. Ja, komm, wir lassen dich mal so hoch. Wir gehen jetzt mal so hoch. Genau, hier in der obersten Etage, da ist unser Verkauf zu Hause. Das heißt, wir haben also drei Verkäuferbüros, auch aufgeteilt auf Kartago und Malibu. So hat jeder Verkäufer seine Schwerpunkte hier. Der eine ist spezialisiert auf Vans, der andere ist spezialisiert auf Kartago, insbesondere die größeren Baureihen, dann also E-Line, S-Plus, Line of Arturo etc. Oder halt spezialisiert auf die kleineren Baureihen, C-Kompakt-Line, C-Tour und C-Line. Wenn ein Kunde ein Fahrzeug bei uns gekauft hat und kommt später zum Service, hat Garantiearbeiten, Nachrüstarbeiten, dann kann er sich hier die Zeit in unserer VIP-Lounge, ich sag mal, totschlagen. Hier wird er auch ein bisschen informiert. Hier gibt es eine Mediathek, hier gibt es natürlich Zeitschriften, Kaffeemaschinen, Getränke sind halt dementsprechend da und ich denke, wir haben das relativ gemütlich eingerichtet hier an der Stelle. Und natürlich zu der Jahreszeit, wenn wir schönes Wetter haben, dann steht natürlich auch unsere Dachterrasse zur Verfügung. Oha, schaut euch das an, Leute. Genau, hier können die Kunden dann verweilen in der Zwischenzeit, wo wir uns um das Wohl eures Kastenwagens oder eures Reisemobils kümmern. Kann man hier gemütlich, ich sag mal, sich die Zeit vergehen lassen, Kaffee trinken, etwas essen, was auch immer halt. Da hat man den ersten Einblick mal, was wir hier für ein Fahrzeug am Hof stehen haben. Malibu-Vans, Mercedes, Fiat, alles da. Die großen Liner sind auch hier. Hier sind wir jetzt hauptsächlich teilintegrierte. Wir schnappen uns nachher mal einen, würde ich sagen, oder vielleicht noch zwei. Ich sehe schon ein Aufstelldach da hinten, Andreas. Das schnappe ich mir nachher mal, weil das ist immer eine Frage. Schauen wir uns gerne gemeinsam mal anschauen. Viele von euch, Sabine und Markus, ihr habt mich angeschrieben, film doch mal ein Malibu mit Aufstelldach. Da steht einer, sechs Meter. Den gucken wir uns nachher mal an mit Kompressor-Kühlschrank. So viel kann ich jetzt schon sagen. Und dann schnappen wir uns nachher noch einen Mercedes. Können wir auch gerne machen. Einen vollintegrierten. Ja, dann nehmen wir einen C-Tourer. Nehmen wir einen C-Tourer. Und dann haben wir mal einen schönen Overview. Aber kommt man hierher, ist echt beeindruckend. Also von der Sache her, Aki, haben wir vorne in der ersten Reihe, also direkt an der Bundesstraße, wo wir jetzt nicht gerade unbedingt hier das Interview führen wollen, weil die Geräuschkulisse von der Straße halt so ist. Da haben wir alle aktuellen Carthago-Modelle. Beginnen mit dem kleinsten, also mit dem C-Kompakt 9, 138 jetzt gerade aktuell. Dann hoch bis zum großen S+. Liner Fatou stehen, alle Modelle stehen vorne in der ersten Reihe halt. Und dann geht es dann ab hinten dem Winkelstück, dem L-Stück, geht es dann wieder runter in der Baureihe, bis wieder hin zum Kompaktlein. Und hier im hinteren Bereich, wo du gerade die Kamera drauf geschwenkt hast, dann stehen dann quasi die Dubletten, sprich die Fahrzeuge, die wir vorne schon einmal stehen haben, die stellen wir dann hier hinten in die sogenannte zweite Reihe. Damit sind die aber immer noch in der ersten Reihe. Nur mal, es nutzt ja nichts, wenn man dreimal das gleiche Modell vorne in die erste Reihe stellt. Die stehen dann hier hinten. Hier im mittleren Bereich, da haben wir unsere Isle of Malibu, wo also die Kastenwagen halt stehen, die einzelnen Grundrisse, die einzelnen Modelle, die der Kunde sich dann anschauen kann. Und wenn dann halt, ich sage jetzt mal, da jetzt nicht die passende Farbe dabei ist oder das Polster halt, dann gibt es hier nochmal eine ganze Reihe, also zwei Stück an der Zahl, wo dann nochmal Fahrzeuge sind, in anderen Ausstattungsvarianten. Aber im Regelfall versuchen wir in der Isle of Malibu eigentlich jeden Grundriss zu zeigen, den es beim Malibu-Van halt so gibt. Ja, eine wichtige Frage, die immer wieder reinkommt. Sabine und Markus, ihr habt mir die auch gestellt. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Charmingen und dem normalen LE? Du, ich könnte dir jetzt erklären oder deinen Zuschauern, unseren Zuschauern erklären, wo der Unterschied ist. Aber damit die Leute auch sehen, wer bei uns im Haus für das Thema Malibu-Kastenwagen zuständig ist, gehen wir doch einfach mal rein und wir fragen den Marcel, da haben wir die Informationen direkt vom Fachmann. Perfekt, also kommt mal mit. Der Chef hat gesagt, wir fragen den Fachmann und da sitzt der Fachmann, der Marcel. Der absolute Van-Fachmann, habe ich gehört. Erklär uns mal den Unterschied zwischen dem Charmingen und dem herkömmlichen LE. Vom Grundprinzip der Charmingen ist nur die gehobenere Ausstattungsvariante. Heißt, wir haben das Style-Paket serienmäßig mit drin, was beim Komfortmodell eben extra berechnet werden muss, genauso wie die Alufelgen. Und neuerdings, also seit dem 21er Modell, ist ein Charming auch automatisch ein GT oder ein Coupé. Früher gab es den dann auch mit Staukasten, die über dem Fahrer sitzen. Immer noch möglich, aber eben als Charming immer GT oder Coupé. Okay, okay. Wenn wir schon hier sind, Marcel, erzähl mal, der Wachstum an Vans an sich ist enorm, oder? Wie ist jetzt so der Vergleich vor drei, vier Jahren zu heute? Kommt immer mehr Kastenwagen-Anfragen wahrscheinlich rein, oder? Also wenn man sich den Hof mal anguckt, was wir noch im Bestand haben, dann kann man eigentlich ganz gut erkennen, die werden komplett weggeschaut. Wo werden denn die Malibu-Vans gebaut? In Slowenien. Also Slowenien, kann ich ja nur sagen, Daumen hoch, oder? Logischerweise, der Apollo ist ja auch aus Slowenien. Die machen da wirklich einen guten Job. Explizit der Möbelbau ist natürlich hervorragend in Slowenien. Und nicht umsonst hat man das dahin verlagert. Marcel, eine wichtige Frage noch, die zigmal gestellt worden ist. Klar, ich fahre ein Robeta. Eigentlich die Perfektion in Isolierung, aber wie sieht es denn bei Malibu-Van aus? Wie ist deine Isolierung? Wo ist isoliert und wie stark? Vom Grundprinzip, Premium-Reisenmobil, braucht man nicht drüber reden, sehr, sehr gut. Muss man wirklich so sagen, auf den Messen haben wir immer ganz gerne so einen, ich sage mal, halb aufgeschnittenen Wellen, eben damit man genau diese Punkte sich auch anschauen kann. Lende ich euch mal ein, den habe ich ja in Augenlauf gefilmt. Da sieht man wirklich jede Ecke, die man isolieren könnte, die wirkt auch isoliert. Selbst dieser Bezugsstoff, der ja eigentlich nur eine schöne Haptik haben soll und eine schöne Optik bereiten soll, selbst der ist so gewählt, dass es ein isolierendes Material ist, um eben bestmögliche Werte zu erzielen. Also absolut wintertauglich. Von Doppelboden brauchen wir hier nicht reden in diesem Segment. Da geht es dann später weiter. Da geht es mit der Kaptago-Sel zu Hause. Genau, aber nichtsdestotrotz im Winter auch tadellos, da habt ihr keine Probleme mit Isolierung etc. Also wir haben viele Kunden, die hier mit dem Van im Winter unterwegs sind. Genau. Ich habe bis jetzt keine schlechten Rückmeldungen bekommen. Reisenmobil, da ist aber egal, was für eins im Winter immer. Bisschen muss man aufpassen, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man sich an die üblichen Regeln hält, ist das gar nicht. Zwei wichtige Fragen noch, die in der Community immer wieder kommen. Zum einen, wie sieht es aus mit Kompressor-Kühlschrank in den Vans? Ich habe gesehen, im 600er mit Aufstieg, da ist sowieso einer drin. Und die zweite Frage, was war die zweite Frage? Kompressor-Kühlschrank. Die zweite Frage war, Moment. Mach erstmal mit Kompressor-Kühlschrank. Du musst nochmal auch einfach den Hinterkopf klopfen. Ja klar, das ist ein leichter Kompressor-Kühlschrank. Was kommt denn? Das schneiden wir aus. Erstmal Kompressor-Kühlschrank. Eine aktuelle Situation ist so, dass der standardmäßig verbaute Kompressor-Kühlschrank in den normalen Modellen, sage ich mal 640, 600, nicht mehr verfügbar ist. Heißt im Moment, wenn wir den Kompressor-Kühlschrank brauchen zwingend, dann müssen wir entweder auf ein RB-Modell, also den First Class Two Rooms ausweichen. Dort ist der Tepford-Kühlschrank vorne an der Küchenfront montiert. Oder eben ein Family-For-Fan-Modell mit Aufstelldach. Da ist auch zwingend der Kompressor-Kühlschrank notwendig, weil wir eben keine Entlüftung auf dem Dach bauen können. Okay, prima. Das ist doch schon mal was. Wer weiß, was in Zukunft kommt. Ihr müsst da einfach mal ein bisschen hier Kartago oder Malibu stürmen, dass ihr Kompressor-Kühlschrank wollt. Und dann ist das vielleicht ja irgendwann möglich. Wer weiß, wer weiß. Oder ganz einfach, Aki, einfach nur auf meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ich berichte ja immer über die aktuellen Neuigkeiten bei Kartago und Malibu. Und ich darf jetzt schon verraten, ich bin Ende Juli im Werk und werde die Neuigkeiten von Kartago und Malibu unter die Linse nehmen. Und die werden dann auch noch Ende Juli ausgestrahlt und dann wissen die Zuschauer, was in 2022 sich ändert. Einschalten. Ich blende euch unten mal den Link ein oder oben. Hier oben links blende ich euch mal den Link ein. Lasst ein bisschen Liebe da. Ja, Marcel. Letzte Frage noch. Wie sind die aktuellen Lieferzeiten bei Malibu Vans? Wie lange warte ich, wenn ich jetzt ein Fiat möchte zum Beispiel? Kommt so ein bisschen drauf an, wie das Fahrzeug konfiguriert sein soll. Wenn man Glück hat, ist noch was Passendes im Vorlauf für das 21er Modell, wo vielleicht ein kleiner Abstrich gemacht werden muss, mit dem man leben muss. Wenn nicht, Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahres würde ich eher in die Richtung drehen. Okay, aber ihr habt noch einige Fahrzeuge hier unten stehen, habe ich gesehen. Also kommt mal vorbei, falls ihr kurz entschlossen seid, da hat es jede Menge Auswahl. Also eigentlich zum einen haben wir noch einige Fahrzeuge draußen im Bestand und wir haben natürlich noch einige Bauplätze, die auf uns zurollen, wo man jetzt schauen muss, wenn ein Kunde halt kommt und der hat jetzt bei uns auf der Webseite geschaut und hat nicht das passende Auto gefunden, ist da ein Fahrzeug dabei, was im Vorlauf ist, was vielleicht seinen Vorstellungen entspricht. Und dann kann der schon per Zufall, vielleicht auch in zwei oder drei Wochen, könnte der theoretisch da sein. Und wir haben natürlich auch schon für die 22er Modelle natürlich wieder reichlich Fahrzeuge vorgeordert, wo im Moment eigentlich noch alles geht, wo man dann schon, ich sag mal, über eine relativ überschaubare Liefertermin sprechen kann. Aber nichtsdestotrotz und wählen von heute auf morgen, das ist schon, ich sag mal, in der jetzigen Zeit echt schwierig, da gehört auch ein bisschen Glück für den Kunden dazu. Und das ist ja überall so, egal wo er hingeht, bei jedem Hersteller ist das gleich. Marcel, vielen Dank, ich will dich nicht weiter stören, du hast jede Menge Arbeit, jede Menge Anfragen und von dem her ist direkt, das Büro ist direkt hier neben der VIP-Launch, also wenn ihr mal da seid, lasst auch Marcel ein bisschen Liebe da. Ein bisschen Liebe da. Ciao Marcel, danke. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch gemütlich hier und richtig familiär. Ihr seht schon, hinter mir steht ein Malibu-Van und der hat eine ganz besondere Geschichte hier. Hier sind wir übrigens in der Werkstatt. Andreas, erzähl mal, was hat das auf sich hier? Das ist unsere Vanhalle hier und dieser Malibu-Van, der hat wirklich eine ganz besondere Reise vor sich. Der Kunde, der dieses Fahrzeug gekauft hat, der lebt ja also selber, das sind Franzosen, so muss ich sagen, weil Leben, der hat die letzten Jahre auf dem Schiff gelebt. Und zwar haben die eine Weltreise mit einem Segelschiff gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Reise gedauert hat, aber das wird schon ein paar Wochen gewesen sein, also wahrscheinlich ein paar Jahre. Und der Mann hat diese Weltreise jetzt zu Ende und hat gesagt, du, pass auf zu seiner Frau, jetzt haben wir die Welt von der Wasserseite aus gesehen und jetzt will ich sie mir auch von der Landseite aus anschauen. Jetzt hat er sein Schiff verkauft, das liegt im Moment noch in Marseille im Hafen. Und das Auto ist heute vom Transporter runtergekommen, weil auch der hatte, muss man leider sagen, ein bisschen Lieferverzögerung, wie im Moment so viele Fahrzeuge. Und den machen wir jetzt fertig. Mit diesem Malibu-Van wird eine Weltreise gemacht. Die selber sind in Frankreich auch YouTuber, ich sage jetzt mal so wie du, weniger wie ich, aber so wie du. Und die werden über diese Weltreise mit diesem Fahrzeug, werden die berichten. Und wir rüsten das Fahrzeug gerade auf. Also der wird komplett autark gemacht. Da sind wir gerade dabei, eine Brennstoffzelle einzubauen. Also die kriegen da wirklich Sachen rein, wo man wirklich erkennt, da ist einer, der lebt demnächst im Fahrzeug. Also das ist, zum einen ist es auch ein Ausstellendach, ja, also ein Family 4-4. Jawohl. Und dann auch noch in der Kombination mit der Two-Rooms-Variante. Du siehst, das sieht im Moment ein bisschen wüst hier aus, weil wir bauen jetzt da hier eine Brennstoffzelle ein. Hier war also für den Kunden die Voraussetzung, die Brennstoffzelle soll ein Platz sein, wo sie möglichst keinen Platz wegnimmt. Und da ist der Stauraum halt hier unter der Sitzbank, der bietet sich dafür an. Auch der Tank wird hier eingebracht. Wir passen dann mit unserem Schreiner die Schublade ein bisschen ein. Die wird dann ein paar Zentimeter nur eingekürzt, sodass also hier im Grunde genommen dann Raum für die Brennstoffzelle entsteht. Erzähl mal, Andreas, Brennstoffzelle, was ist jetzt da der Riesenvorteil an? Also sagen wir mal so, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent aller Reisemobile werden ja mit Solaranlagen ausgerüstet. Und oftmals, glaube ich, sind die Kunden einfach nur falsch beraten. Natürlich ist eine Solaranlage top, wenn ich ein Fahrzeug überwiegend in den sonnigen Monaten nutze. Wenn ich Sonne am Himmel habe, kann ich mit einer Solaranlage dementsprechend auch Energie pumpen. Nur brauche ich auch dementsprechende Akkus, wo ich auch die Energie einspeichern kann. Wenn ich aber ein Fahrzeug, ich sage jetzt mal, in der grauen Jahreszeit, also auch im Winter nutzen möchte oder ich bin viel in den skandinavischen Ländern unterwegs oder wie die jetzt ein ganzes Jahr, dann kann ich und hier drin auch jetzt mal, wie du jetzt YouTube, du arbeitest ja auch in deinem Fahrzeug drin und du hast permanent Bedarf nach Energie, dann kannst du ja nicht darauf warten, dass jetzt mal gerade die Sonne scheint oder dass du irgendwo an eine Steckdose kommst. Und die Brennstoffzelle hat eben den Vorteil, die ist unabhängig von solchen Dingen. Die liefert dir 24-7, liefert dir die Energie. Das Einzige, was du dafür benötigst, ist das Methanol, also diese kleinen Kanisse, die gibt es in 5 oder 10 Liter Gebinde. Der bekommt auch die große Brennstoffzelle hier, die also ungefähr 8 Ampere die Stunde an Leistung macht. Und somit habe ich also gewährleistet, dass ich eigentlich immer meine Akkus voll geladen habe. Das heißt, da ist ein Batteriemanagement drin, der schaut, sobald die Akkuleistung auf unter 12,2 Volt sinkt, schaltet sich die Brennstoffzelle, wenn sie im Automatikmodus steht, automatisch ein. Ja, interessant, was da alles verbaut wird in den 640er hier. Ist das zum Beispiel ein Charming? Das ist ein Charming hier. Charming LE, Brennstoffzelle, Solar, Markise. Andreas, wo sind wir da? Wir haben ein Heavy Chassis. Das Auto ist natürlich mit einem Heavy Chassis ausgestattet worden. Gewichtstechnisch? Ja, also der geht schon ganz, ganz stramm an die 3,5 Tonnen ran, das Auto mit einem Leitchassis auszuliefern, das wäre nicht tot, würde vielleicht noch irgendwo zulassungstechnisch gehen, aber am Ende des Tages ist das Auto ja permanent im Grenzbereich. Also das ist ein Heavy Chassis, klar, das Auto geht nach Frankreich, der Kunde lastet das Fahrzeug natürlich ab auf 3,5 Tonnen wegen der Führerschein-Thematik, aber der wird eh die wenigste Zeit in Europa fahren. Wie gesagt, Weltreise, ich glaube nicht, dass das dann so großartig von Interesse ist. Also das weiß man auch, wenn man so ein Fahrzeug konfiguriert, Leute, dann muss man sich mit der Thematik sowieso beschäftigen, überhaupt mit dem Kastenwagen, ist man immer irgendwo an der Grenze, also ganz klar. Und wenn man halt mal drüber ist, dann müssen wir auflasten, im Zweifelsfall. Also ich bin auch ganz knapp drunter, muss ich ganz ehrlich sagen, immer mal ein bisschen beachten. Wie ist es bei euch, lasst mal ein paar Kommentare da, hier gerade Malibu, ich weiß nicht, es sind viele, wo Malibu fahren, wie ist bei euch das Thema Gewicht, lasst doch mal einen Kommentar da. Ja, Service Center, Service Center, Werkstatt, auch das ist natürlich hier beim Andreas Marein ganz klar erste Sahne, Aufbereitungsanlage, Werkstatt. Andreas, wie viele Leute habt ihr denn beschäftigt hier in der Werkstatt? Also wir haben in der Werkstatt acht Leute beschäftigt und vier alleine in der Annahme. Die Annahme ist klar, teilt sich auf an jemanden, der die Werkstattkoordination macht, jemand, der die Fahrzeuge dann auch draußen bei den Kunden halt dementsprechend annimmt. Und mit den Kunden, ich sage jetzt mal, wenn es beispielsweise Garantiearbeiten gibt oder Arbeiten, die durchgeführt werden müssen, die muss ja nicht nur jemand auf Papier bringen, sondern die muss ja auch verstanden werden, damit am Ende des Tages ein klar definierter Arbeitsauftrag hier im Service am Ende des Tages landet. Dann natürlich für das Teilewesen und Garantieabrechnung, das sind eben vier Leute, die ich vorne im Annahmebereich haben dementsprechend. Und bei euch ist alles möglich, Solaranlage, ihr habt gesehen, Brennstoffzelle, Satt natürlich, immer das Thema, aber eben auch Autopflege ist ein ganz wichtiges Thema bei euch. Ja, also generell kann man sagen, wir machen alles selber, außer Lack- und Polsterarbeiten, aber auch bei Unverschäden, die ganzen Vorbereitungen für ein Fahrzeug, also die Instandsetzung, die machen wir, die übernehmen wir. Wir arbeiten dann nur halt extern mit einem Lackierer zusammen und Polsterarbeiten, da haben wir gleich hier in der Nachbarschaft, haben wir eine Ledermanufaktur, wo man also auch Individualausstattungen machen kann. Sauber, sauber. Das ist sehr, sehr praktisch. Und am Thema Aufbereitung, ganz klar, wir haben ja nebenan noch eine Halle, das ist unsere Aufbereitungshalle, da werden Fahrzeuge von innen und außen gereinigt, aber auch poliert, Keramikversiegelungen gemacht, die Polster aufgearbeitet, all diese Dinge, die, ich sag mal, man heutzutage von einer vernünftigen Fahrzeugaufbereitung auch erwartet. Und für die Fahrzeugkeramikversiegelung, da haben wir natürlich unsere Leute extra zertifizieren lassen, weil das kann nicht immer unbedingt jeder machen. Ich werde oftmals auf dem Stellplatz angesprochen, wenn ich mit meinem Wagen da stehe und egal, wenn ich jetzt 1000 Kilometer Anfahrt habe, meistens komme ich sauber am Urlaubsort an, weil meiner ist natürlich keramikversiegelt. Und dann kommst du auch schnell ins Gespräch darin, dann gibt es immer einen, der sagt, ja, habe ich auch machen lassen, bin überhaupt nicht zufrieden. Also Keramikversiegelung ist nicht unbedingt gleich Keramikversiegelung, da gibt es gewisse Prozesse, die müssen genau eingehalten werden und da ist auch nichts, was man gerade eben schnell macht. Eine vernünftige Keramikversiegelung dauert mindestens zwei, tendenziell drei Tage und sowas kann nicht für 1000 Euro angeboten werden. Genau. Ja, eine wichtige Frage, die mit Sicherheit kommen wird, hast du bestimmt auch selber gestellt, du bist schon gekommen, bist du selber Camper, Andreas? Ja, also meine Frau und ich, wir sind vor, also da war ich 18 Jahre alt, meine Frau ist ein paar Monate älter wie ich, da sind wir schon ans Reisemobil fahren gekommen, weil wir haben damals zwei große Hunde gehabt, ein Schäferhund und ein Obermann und da konntest du nicht irgendwo mal Urlaub machen, im Hotel ging gar nicht, Ferienwohnung war es meistens verboten und so haben wir dann damals erst der Reisemobil gemietet, da fing die Reisemobilfahrerei halt an, das haben wir vier, fünf Jahre lang gemacht und nach fünf Jahren war für uns klar, wenn wir mal ein eigenes Reisemobil haben, im Grunde genommen bin ich eigentlich seit meinem 18. Lebensjahr, wenn man die Mietzeit jetzt mitspricht, bin ich eigentlich schon in der Wohnmobilszene unterwegs, habe auch schon so einige Sachen gemacht, habe mal sechseinhalb Jahre lang den südafrikanischen Raum bereist, allerdings nicht mit einem normalen Reisemobil, sondern mit einem Expeditionsfahrzeug und hier in Europa, klar, da fährt man mit einem ganz normalen Reisemobil durch die Gegend und nicht mit einem Expeditionsfahrzeug, also wir sind leidenschaftliche Camper und ich fahre auch immer zu den Messen mit dem Reisemobil, selbst wenn es hier Düsseldorf ist, P1, genau, P1, die berühmt-berüchtigten Kartago-Fäden dann in unseren Parkreihen halt drin, weil ich sage mal, ich verkaufe Reisemobile und keine Hotels, deswegen gehe ich in kein Hotel in ein Zimmer rein oder so, ich will mein Kopfkissen haben, ich will meinen Kaffee trinken und ich will auf meiner Toilette sitzen und bei meiner Dusche stehen. P1 übrigens, logischerweise Caravan Salon, seid ihr auch vertreten. Ja, das ist ja ständig, das ist schon für euch eine Ausmesse. Das ist schon für euch eine Ausmesse, ich bin auch da, Freitag, Samstag, Sonntag, erste Wochenende, falls ihr vorbeikommen wollt, ich lasse mal noch auf meiner Homepage die Termine dort, ich bin auf verschiedenen Ständen unterwegs, immer mal wieder zum Talken, zum Small Talken, kommt einfach vorbei und dann können wir ein bisschen uns austauschen und geht auch mal hier beim Andreas vorbei. Das wollte ich gerade sagen, an der Stelle recht herzlich eingeladen. Auf alle Fälle, bin ich dabei. Dass du zu uns an den Carthago- und Malibu-Stand kommst und wir beide uns dann gemeinsam auch noch mal, ich sage mal, so die Highlights anschauen. Man muss nicht immer eine Heckgarage zeigen, wie wissen wir mittlerweile, dass ein Carthago eine Heckgarage hat oder ein Malibu-Van halt ein 3-in-1 Flexibad hat oder was auch immer. Aber die Neuigkeiten, die möchte ich gerne der Conumity halt zeigen, dass man weiß, Mensch, das kippt jetzt neue Modelljahr 2022. Ja, Andreas, hier vorne an der Hauptstraße, da stehen jede Menge Riesentrummer. Ja, ganz genau. Da habt ihr die Neuigkeiten stehen. Genau, da steht immer das aktuelle Modelljahr. Das heißt also, sobald wie jetzt 2022 kommt, und da sind wir ja auch eigentlich so ziemlich die Ersten, die immer was kriegen, weil wir ja Carthago-Exklusivpartner sind, werden wir da auch glücklicherweise ein bisschen früher versorgt mit Fahrzeugen. Und dann fülle ich sofort die erste Reihe mit den, ich sage mal, 22er Modellen auf. Aber alles, was hier gerade steht, ist aktuell 21er Modelljahr. Man sieht, da ist also noch ein bisschen Futter da. Wir haben da gut gehaushaltet, weil wir extrem viel vorgeordert haben, damit eben der Kunde auch diese Auswahl hat, trotz der, ich sage mal, jetzt etwas skurrilen Zeiten, die wir haben. Also von 6 Meter Kastenwagen bis hierhin zu so einem riesen Chick-Line hier, C-Line. Ja, ich glaube, 5,40er haben wir auch noch einen da. 5,40er habt ihr auch noch da. Was haben wir denn hier für einen Kasten? Das ist jetzt ein 6,2er C-Line, also ein 3-Achser mit dem großen XL-Bad drin, vorne der langen Sitzbank. Also das ist schon richtig... Der ist wie lang? 8, 9 Meter. Der geht schon an die 9 Meter lang. Das ist schon ein richtig tolles Wohnmobil, da ist richtig Platz drin. Ich sage immer, wer es braucht, wir haben es. Aber am Ende des Tages muss man auch immer sagen, mit mehr Wohnmobil kauft man sich nicht zwangsweise auch mehr Freiheit. Ja, und mit Camping hat es dann auch bald nichts mehr zu tun, Leute. Das ist dann fast schon eine Eigentumswohnung. Wobei das natürlich schon heftig ist. Schaut euch das an. Der Preis knapp 142.000. Aber wir haben hier natürlich Kartago vom Feinsten. Also da gehe ich jetzt mal nicht rein, sonst gehe ich nicht mehr in meinen Kasten zurück. Ach Quatsch. Aber ihr findet hier alles. Schaut euch das an. Wirklich die Neuigkeiten, paar Excellents. Und der Andreas ist auch immer apport, alles dastehen zu haben. Das ist ganz wichtig. Für den Kunden ist es am einfachsten, wenn ihr alles da habt. Ja, für uns ist das ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich nach Möglichkeit alle Fahrzeugmodelle mindestens zwei oder dreimal da haben. Klar, irgendwann geht uns auch das Futter aus, aber dann haben wir zumindest immer ganz kurzfristig einen Bauplatz, der gerade auf uns zurollt. Da haushalten wir wirklich. Weil das ist einfach für uns ganz wichtig. Klar, stellen wir uns hier viel, viel Geld auf den Hof. Aber am Ende des Tages, der Erfolg gibt uns recht. Der Kunde kommt hierher, der kann aussuchen und muss sich hunderte von Kilometern kreuz und quer durch Deutschland fahren. Jawohl. Wenn ihr Fragen habt an Andreas, ans Team oder was auch immer, wo kann man sich hinwenden? Direkt an dich? Oder einfach mal an die Infoadresse? Ich blende es einfach mal ein, aber du darfst es gerne sagen. Also ich sage mal, klar, Informationen zu uns findet ihr ganz klar im Internet unter www.kartago-center.de oder halt auf unserer Facebook-Seite unter Marienkarawaning und hier einfach anrufen oder eine E-Mail halt herschreiben. Wenn einer mit mir sprechen möchte, ist überhaupt kein Problem. Ich bin also auch für jeden Kunden da. Ansonsten wird man hier im Regelfall anhand des Bedürfnisses, ich sage jetzt mal, wenn ihr für den Kastenwagen anruft, eben an den Marcel, den wir eben gesehen haben, weitergeleitet oder halt an den dementsprechenden Kartago-Verkäufer, die Yvon Nussbaum oder wer auch jetzt gerade immer für euch zuständig ist, je nachdem, was für eine Baureihe ihr gerade jetzt bevorzugt. Das ist überhaupt kein Problem. Prima. Andreas, vielen Dank. Ich schaue mir jetzt mal das eine oder andere Fahrzeug noch an. Machen wir mal eine kleine Roomtour. Wir fangen an mit dem Malibu-Van-Aufstelldach auf 6 Meter, aber dazu müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten, weil es gibt einen separaten Film, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also fleißig einschalten, Kanal abonnieren, auch hier Marien-YouTube-Kanale abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Fleißig abonnieren, Daumen hoch, lasst ein bisschen Liebe da hier und dann sehen wir uns vielleicht alle zusammen auf der Messe in Düsseldorf. Spätestens da oder hier am Handelsplatz in Altenhofen bei Aachen. Tschüss, wir sehen uns. Ciao, bleibt gesund vor allen Dingen. Wenn wir wachen, hier die birds und sehen die Sonne, side by side, our fears are done, all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight, found what we're looking for in life. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.